Wir können jetzt ins Seeland reisen. Vielleicht spüren wir Bowser dort auch. Warum trägst du eine Maske? Weil ich hässlich bin. Was eine dumme Frage. Was eine dumme Frage. In diesem Blumenarrangement steckt so viel Herzblut, wir müssen Bowsas üble Machenschaften beenden. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Reisetipp, Drehwurf. Wenn du von Gegnern umzingelt bist und sie gerne alle gleichzeitig ausschalten würdest, dann tue folgendes. Bewege die Joy-Con-Controller ruckartig seitwärts, um einen Drehwurf auszuführen. Das mache ich bestimmt nicht. Weil dann liegen die nämlich irgendwo, kleben die alle Wand oder in die Luft oder irgendwo eben, keine Ahnung. Deine Kopfbedeckung rotiert dann um dich herum. Das wird uns bestimmt weiterhelfen. Nächster Stopp Seeland. Das soll ganz bekannt für seine Mode sein. Ach ja, ein berühmtes Hochzeitskleid. Das Schnixenkleid gibt es dort auch. Uh. Tja, dass Mario heimlich Kleider trägt, wusste ich schon immer. Brudals über dem See. Also irgendwie macht er da keinen Drehangriff. Stattdessen hat er einfach hier das eingenommen. Ja, super. Wir gehen tauchen. Ich will tauchen. Ich will tauchen. Ich will tauchen. Oh nein. Ich dachte schon, das wird nichts. Schau mal, ein Messenger, wenn du Zeit hast. Das ist ein Messenger. Ja, ich guck mal gleich. Ach du Scheiße. Ja, okay. Ja, okay. Ich guck mal. Da ist ein Herz. Was ist das? Das sieht grau und haft aus. Das macht mir Angst. Cool. So, bevor ich da reingehe, gucke ich erst mal hier. Oh. Oh. Und zack, sind wir wieder ein Fisch. Ah, warum schwimmt mir denn dieser komische, dieses Riesenvieh da hinterher? Achso, der schwimmt einfach nur so hin und her. Wenn ich schon allein diese friedliche Musik höre. Oh, okay. Ja, ich wusste auch gern, wer den Fels hier hingestellt hat. Ist ja echt furchtbar. Ein Fels. Oh nein. Wie kann man nur? Ja, komm, schon mal ein bisschen schneller, du. So, einer fehlt noch. Ja, ein tiefes Loch. Tiefe Löcher mag ich. Oh, du hast mich gefunden. Sehr schlau. Nimm diese Belohnung. Tja, ich bin halt ein schlauer Mario. Nicht so wie Luigi. Luigi ist ja eher dumm. Der hat ja sogar Angst vor Geistern. Wenn du den weiten Weg ins Seeland reißt, wäre es angebracht, schwimmtechnisch gekleidet zu sein. Ausstellungsraum durchgelassen werden, musst du wie ein Schwimmer gekleidet sein. Reisender, du bist überhaupt nicht für schwimmen gekleidet. Bäh. Ja, dann lass mich doch was anziehen. Wir hatten ja eins ein herrliches Schinxenkleid. Ja, dieses Ungeheuer hat es geklaut. Wunder die Trü. Großes Selbstbewusstsein, so eine gewisse... Sind diese Voraussetzungen, was tragen dieses Outfits. Tja, habe ich leider nicht genug Zeugs für. Aber ich finde, ich finde, in punkte Shorts, das ist doch auch das Schwimmtechnische, oder? Ich finde, das könnte man durchgehen lassen. Ah, labert mich voll. Ah, ja, ich wollte gar nicht mit dir quatschen. Ich wollte hier rüberspringen. Und jetzt! Woo! Oh. Das ist aber echt tief. Ja, und? Lohnt sich bestimmt. Auch wenn der Fall nach oben zeigt. Das ist bestimmt irgendein Geheimzugang. Stille Wasser sind tief und schmutzig. Ja. Stille Wasser sind auf jeden Fall tief. Hi, Treasure Toad. Captain Toad, ja. Mario, wie schön, dich hier zu treffen. Jeb, ich bin's wirklich. Captain Toad. Ich bin gerade in der ganzen Welt unterwegs und suche nach Powermonden. Also schwimmen mit Rucksack ist wirklich mehr als beschwerlich. Ich weiß gar nicht so recht, wie ich hier hingekommen bin. Oh, aber dafür habe ich unterwegs diesen Powermond entdeckt. Den schenke ich dir. Ja. Bei dir säuft man. Hast du so ein tiefes Loch? Ah. Mann. 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 Ich frage mich, ob ich auch den übernehmen kann. Ich meine, immerhin konnte ich auch ein Tyrannosaurus Rex werden. Nee, das geht nicht. So, da haben wir noch einen Mond. Da hinten geht es wohl auch weiter. Gehen wir erstmal nach hier. Gumba, 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 Tätere. Versteht ihr wie Gumba? Ach, lasst mich doch in Ruhe. So, da haben wir wieder ein tiefes Loch. Oh, mit Geheimgang. Ein Ebay-Angebot endet bald. Ich bezahle nicht über 100 Euro für den Atari 2600CX Darth Vader Edition. Das könnt ihr vergessen. Da kann noch so viel Originalkarton dabei sein. Und... Ach, Leute! Jetzt verstehe ich das System. So funktioniert das. Wieder was dazugelernt. mayøbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäb Da ist wieder eine Note. Ach, sind wir wieder am Anfang? Kann das sein? Ja, klar sind wir wieder am Anfang. Ja, geht jetzt so lange, bis ich hier den Schwimmdingen zusammen habe, wahrscheinlich. Achso, mir fehlen ja noch zwei, nicht nur einer. Hier ist schon wieder so ein Block. Gehen wir auch zur Odyssee nochmal zurück. Da sind nämlich auch nochmal so ein paar lila Tränen. Direkt hinterm Schiff. Oh. Oh, spring nicht weg. Spring nicht weg. Ich hab noch so viel zu sagen. Spring nicht weg. Lass mich nicht allein mit den Fragen. Spring nicht weg. Ich hab noch so viel zu sagen. Spring nicht weg. Lass mich nicht allein mit den Fragen. Wie krieg ich denn da unten das auf? Würde mich mal interessieren. Achso. Ja, klar. Hatten wir ja schon. Ich bewege mich ja nur im Kreis. Irgendwo hab ich irgendwas übersehen. Also jetzt müssen wir uns anstrengen, mal die lila Dinge alle zusammen zu kriegen. Das liebe ich ja, wenn man gezwungen wird, sowas zu sammeln. Aber das werden wir ja auch schon mit dem blöden Monden. So. Da war rechts die Schatztruhe. Das haben wir. Und dann kommen. Wie kann ich das? Du bist eine Schatztruhe. Ja, die Röhre. Ach ja, stimmt. Und da waren wir auch noch nicht. Die Handlanger vom Ungeheuer sind blablabla. Ja, da kommen wir erst hin, wenn wir dann halt mit dieses Taucherausrüstung da haben. Ah, ich seh grad, man kann auch von oben da rein. Ah, tricky. Tricky wiki. So, da kann uns auch dieser scheiß Felsegal sein. Kannst du hier in den Popo stecken. Ich meine, hier kommt ein eigener Fels. Okay. Oh Super Mario Oh oh Mal ein bisschen auf den Busch klopfen Was steht da? Das stehen glaube ich nicht alle So Die Münzen hier mitnehmen Ja Ja, ich weiß, ich darf da nicht rein, wenn ich keine Klamotten habe, bla 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 Wie man anhand eines Wahrsatzstatus einfach mal Alle Sex-Hungrigen anzieht So Kaufen und auch anziehen Und natürlich auch die Tauberbrille So, für irgendwas musste ich ja den Scheißer noch rausgeben Yeah, ich sehe so richtig scheiße aus Geil Scheiße ist das neue geil Ah, okay Ich habe mich schon gewundert, wo man sich wieder umziehen kann Jetzt weiß ich es Wenn du den weiten Weg in den Sehland-Schwimmsachen Um zum Ausstellungsraum durchgelassen zu werden, musst du wie ein Schwimmer gekleidet sein Reisender, so kannst du problemlos schwimmen gehen Dankeschön Hm, ich dachte hierüber komme ich in diese komische Säule rein Ja, warum sollte man dann überhaupt hier reingehen Das macht doch gar keinen Sinn Wo ist diese Kack-Säule? Da Achso Ich hätte mir so viel ersparen können Gibt es ja nicht Ich hätte mir so viel ersparen können Indem ich einmal nur richtig hingeguckt hätte Naja, dafür habe ich jetzt eine tolle Taucher-Ausrüstung Die kein Mensch braucht Nein, ich finde aber auch hier überall Monde Mein Gott Nennt mich Mr. Powermond-Search Danke fürs Followern Danke fürs Followern Eheh 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 Moment Achso, er lässt mich jetzt noch nicht darüber Oder wie Ne, er lässt mich nicht darüber fliegen Du bist zu spät Wir haben uns das Schnixenkleid schon unter den Nagel gerissen Das passt sogar zum Frack vom Chef Du willst jetzt zurück Schminkst dir ab Das behalten wir Yeah, ich bin der Dope von den allen Ich bin der Gofi Gofi Ich bin Gofi 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 Zieh dich Ich bin der Dope von den Zack Tod Was die wenigsten wissen, die Leute sterben wirklich und werden durch Doppelgänger ersetzt in Mario So Wieder ein Geheimnis von Nintendo aufgedenkt Ein dunkles Geheimnis Wir müssen schnell hinterher Sehe ich genauso Hauptsache weg hier Ich benötige noch 8 Ich benötige noch 8 Stand da gerade Ich benötige noch 8 Ne, 8 insgesamt bestimmt Ich wollte schon sagen Boah Wie weit bist du schon Oder schon fast durch Also das war jetzt die 4. Welt Wir haben genug Energie um ins Cityland zu reisen Überqueren wir das Meer Ja los Auf Au Also ich spiele jetzt seit gut 3 Stunden Das Spiel Severus Wer kommt denn auf die glorreiche Idee eine Hochzeit mit einem gestohlenen Kleid zu feiern? Wie geschmacklos Lass uns diesem Scheusal ein paar Manieren beibringen Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ja ein paar Kleinigkeiten nachlesen Preisetipp Mützenstopp-Wurf Möchtest du einen Kistenstapel demolieren oder einen Block wiederholt bearbeiten Drücke und halte einfach, um deine Kopfbedeckung zu werfen und kreisen zu lassen Deine Kopfbedeckung schwebt über einen Moment vor dir und dreht sich dabei Das wird uns bestimmt weiterhelfen Als nächstes sollten wir uns schon mal ein paar Informationen über das Cityland einholen Was war das denn? Das tut mir leid Severus Das tut mir leid Severus Das Wolkenland Das Wolkenland Wir sind gestorben und sind im Himmel Erstmal ums Schiff rumrennen Das sind aber die beliebtesten Tricks Habe ich schon erwähnt, dass ich heute wieder mega wenig geschlafen habe? Okay, hätte ja klappen können Mario, ich habe jetzt keine Zeit für dich übrig Ich habe nämlich meine Hochzeit zu planen Hast du auch nur die leiseste Ahnung, wie stressig sowas ist? Nöööööööü gedachtes meine Kopfhase Hilfe! I can't get it. I can't get it. It's a good start. I got it. I can't get it. I'm gonna get it. I have to do my best. Ich habe das Gefühl, demnächst sind Tüte wieder in. Ich frage mich nicht, warum. Das ist so ein Gefühl. Ich frage mich. Ich frage mich. Ich frage mich. Das war's für heute. Nimm das, Bowser! Du Bowser-Typ! Das hat noch keiner von mir gesagt. Eieieieiei! Was ist jetzt mit wem du zu tun hast, Mario? Äh, mit Bowser? Nur so'n... Typ? Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.